Wir machen das ganz grundsätzlich, dass wir bei Angstpatienten immer erst mal ein langes Beratungsgespräch führen. Ob dann Untersuchung in diesem Termin schon möglich und erwünscht ist, das sehen wir dann einfach von Fall zu Fall ab. Und wir hören das ganz oft, dass die Patienten sich schämen, die schon vielleicht eine längere Geschichte haben, dass sie nicht beim Zahnarzt waren, dass sie mit der Ästhetik und der Hygiene nicht so zufrieden sind. Da muss sich einfach jeder denken, wir haben schon so viel gesehen in unserem Leben, da muss sich keiner schämen für uns. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und wir haben da gute Möglichkeiten, in den Untersuchungen so vorsichtig vorzugehen, dass das für keinen der Patienten ein großes Problem ist.